ja jo leute willkommen zu einem neuen video heute spiele mal crazy steve das tue ich mal weg crazy steve und ich werde um dieses Kind spielen Klaus Mann die zu wissen wie ich aus aber zu sagen mal los geht's die Städte schon lange nicht mehr gespielt aber mein Gott was war das als ich wirklich in den sehr lange nicht mehr gespielt aber ich werde die und die Städte immer aufgeben und der Punkt muss ich ihnen was reiten das sind zu tun und Helm online 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 ein jetzt sieht ihr wie ich Knie die nächste Munde wie es wollen und hier mein Bruder steht hier auch es gibt aber man muss und das muss gibt es nicht bis zu holen auch nicht gut und politisch Lohen lieben die 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 so spielt die Spiele wir gucken mal die Pro-Spieler an nicht der da ist einfach Markus das leckt voll Warte, gehen wir zurück respawnt und ich will sich wieder wegklicken was war das können wir das gleich einsammeln so das auch jetzt gibt es schon mal ungefähr den dreizeichen Platz oh jetzt können wir die 30. oh so fette Diaz das gibt noch mal Bonus so den Helm nehmen wir auch mit das Ding ich hab gerade kein Schwert mehr oh das sogar noch ein Schwert das leckt voll eh so da war doch einer oh nein mit denen da ihr seht doch da unten im Chat und mit denen da will ich nicht mal den ne ok hier die da diese kleinen Loops können wir mal holen ok den will ich nicht aber ich will den doch wo ist denn der der ganz riesige verfolgt mich und ich will den nicht doch das darf nicht wir schaffen natürlich nicht so um 2 mein Intro will ich selbst wieder reinpacken weil ich weiß nicht ich hab mir so eine App gefunden das hat mir Azen gezeigt Und als ich die mal benutzt habe, da ging ja alles. Ich könnte mein Intro einfügen, ich könnte alles einfügen, was ich will. Und ich wollte es mal dieses Video probieren, dass ich mein Intro endlich mal reinpacke, wenn ich ein Video mache. Und ja, ich drücke mal wieder auf Respawn. Ich darf mich mal Doppelklicken machen. Und ich bin direkt tot. Und ich werde nur sagen, leider... Ja, was soll ich denn noch sagen? Aber egal. Lasst ein Appet da, lasst ein Like da. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Und ich werde nur sagen, tschüss. Warte, es muss ich aufnehmen. Stoppen.